ja herzlich willkommen leute zu einem neuen testing out video ja es geht um einen neuen helden von der monster island praktisch da sind ja zwei neue raus einen davon habe ich jetzt hier vor mir duban paladin ebenjäger familie fand ich schon früher relativ gut die familie ein nee nicht ein sondern zwei bis fünf helden und dann hast du fünf bis 20 prozent angriff mehr das finde ich relativ gut vor allem in der offensiv ist das sehr stark wenn du natürlich die helden kombinieren kannst ist ja klar dann die passive fähigkeit wovon ich auch ein fan war oder bin dieser charakter hat eine chance von zehn prozent den direkten schaden durch spezialfähigkeiten auf eins zu setzen das ist gar nicht so selten vor allem wenn du gegen solche helden spielst und dann hunters mark als zweite fähigkeit dass du ein bisschen schaden machst da gehe ich nicht weiter darauf ein das solltet ihr eigentlich kennen ja der hält ist noch nicht gemachst 87 also da geht noch was 1471 angst hat er jetzt schon 1312 verteidigung 2619 leben mit 25 wappen donnernder schlag ist eine attacke ist mittelschnell ist okay fügt dem ziel 300 prozent schaden zu okay also erstmal single target wenn das ziel mehr als 50 prozent leben hatte bevor es schaden erlitten hat wird ein anderer gegner anvisiert okay das geht jetzt schon mal in mindestens drei hit je nachdem weil wie viel leben die haben anvisiert der mehr als 50 prozent leben hatte bevor er schaden durch diese spezial fähigkeit erlitten hat okay wenn keiner der anderen gegner 50 prozent leben hatte wird ein zufälliger gegner anvisiert okay der schaden wird bei jedem folgeziffer erhöht jeder gegner kann nur einmal getroffen werden ja alle gegen 483 blutungsschaden über drei züge der wirker und nah verbindete absorbieren 30 prozent des zugefügten blutungsschadens als leben okay nicht die hits selber sondern der blutungsschaden heilt ihn und benachbarte okay neuerer finley ohne deathdown ja gucken wir uns das ganze im kampf an die special ach so ja seine einfach fähigkeit wäre dann special boost das bedeutet sechs züge 30 prozent mehr angriff mit seinem special ich glaube so war das oder zwischen 20 und 40 prozent ich bin mir nicht mehr sicher habe mich gerade selber verunsichert ich glaube ist ich bin der meinung es waren 30 prozent müsste man mal nachgucken keine ahnung ja ich habe das hier schon vorbereitet ihr seht ich habe immer noch nicht volle wappen aber das ist okay und dann gucken wir mal wie es überhaupt mit ihm aussieht im kampf wie seine attacke aussieht mit truppen hat er 1853 angriff 1600 verteidigung 3247 leben okay so was können wir machen wir haben zwei grüne matches und dann hört das auch schon auf wir werden das mal rot spielen wir sind sowieso die attacke simpel wir gucken und ziehen nur den schaden an mehr machen wir hier eigentlich nicht so ein ganz entspanntes video wir können hier noch mal grün spielen wir haben kein rot wir haben gar nichts dass ein grüner stein ziehen wir mal weiter hoch die ganze das vorige spiel hier spielen wir mal weiter sein da ist der erste schon mal aus ja okay er löst jetzt schon aus das ist gut er hat keine tag ab und dann gucken wir mal ja ich habe jetzt auch nicht mehr genug leben eigentlich das war es auch schon ne ja erst nur jetzt auf eingegangen weil er natürlich auf den schwächsten gegangen ist mit 747 deswegen gehen wir auch direkt raus die die zeit können wir uns alle sparen das ist quatsch dann noch mal weiter zu machen das hier ist auch nicht besser um hier ein bisschen luft zu schaffen aber wir spielen direkt mal rein weil jetzt habe ich noch viel leben dann können wir uns das gleich direkt angucken ganz toll jetzt kann ich grün spielen dann ist er eigentlich voll durch nautiker und jetzt müsste er eigentlich durch alle zimmern sieht cool aus seine attacke sieht geil aus das das muss ich das muss ich mal sagen ich war jetzt ein bisschen abgelenkt von seiner attacke und habe den schaden jetzt eigentlich gar nicht gesehen also man sieht jetzt auch den blutungsschaden ne und wenn er natürlich auf alle gehen kann oder geht dann ist er hier natürlich enorm ne wir gucken uns mal den debuff an 203 blutungsschaden pro zug der wirker und nahe verbündete absorbieren 30 prozent des zugefügten schaden als leben so okay so wir bekommen ja jetzt schaden ich spiel einfach mal in ihnen sein und gucken uns die heilung einfach mal an so 60 konstant ja das das war natürlich krass also der hit dass er auf alle gegangen das sah geil aus muss ich sagen sieht gut aus okay wir gehen noch mal rein und dann kann ich auch mal vielleicht auf den schaden achten anstatt nur auf die special revanche gut wir haben hier einiges an rot das bedeutet ich könnte sogar verhindern den blutungsschaden zu bekommen schön wäre es halt gewesen wenn wir mal ein bisschen luft gehabt hätten aber das werden wir nicht schaffen so wie das aussieht wenn dann die linke seite ich spiel hier extra nicht hathor nautica löst nämlich aus wir könnten das jetzt natürlich ja komm her spielen wir es mal ein bisschen ja du heißt das wissen wir alle gehen wir noch mal drauf gucken ob grün nachkommt das ist der fall er löst aus aber wir haben nicht genug leben wir haben nicht genug leben schade drum wir spielen lila vielleicht kommt grün nach so alles klar nautica löst aus grün dann war es das hier raus wieder sein ich wollte eigentlich nur einmal vernünftig noch den schaden sehen oder demonstrieren aber das hat ja nicht geklappt aber das ist auch eigentlich schon alles man sieht wie viel blutungsschaden ich bekomme man sieht den schaden von duban so er wird getriggert wir haben volles leben auch abgesehen von evelyn und hartort die haben ein bisschen was verloren aber jetzt zimmert der durch alle und man hat was zum teufel 1800 hat er evelyn gegeben ja krass also er kann auf jeden fall ausholen das steht schon mal fest ja ich hoffe ich konnte euch ein bild verschaffen von dem helden ich kann hier noch einen zug machen natürlich ganz klar machen wir auch dann sehen wir wieder die heilung wie der blutungsschaden praktisch tickt ihr seht es und falls ihr den habt würde ich definitiv leveln ähm ja ansonsten gibt es da nicht mehr wirklich was zu erklären das ist ganz simpel gestaltet man sieht halt die werte ich kann hier auch nochmal rauf gehen es ist auch die falsche truppe da ist also potenzial drin das geht noch weiter das geht noch höher die alpha fähigkeit ist auch nicht ähm freigeschaltet was ja bedeutet dass er nicht den äh special boost bekommt ja ähm ja ansonsten danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal